jo hallo und willkommen zurück zu sts rosa fährt so sind hier in unserem domizil ich frage mich wo schauen das ist das eine oder ist das dieses er ist ein anderes glaube ich schauen er ist ein anderes also das ist hier okay jetzt schon gemacht denn ich mache man in dieser aufnahme war hier nur größtenteils echt nur aufträge denn momentan sowieso nur so aufträge wie aktivitäten die wir schon längst gemacht haben aber ich habe mit hubschraubangriff an mich ja richtig drauf naja und ich kaufte mir jetzt noch öfters neue immobilien super ich will jetzt das eine dort vorne holen frau geh rüber oder teuer waren so jetzt hier ist das denn hier ein auto repair kaufen und sie das dagegen gut auch weiter meint mal schauen was soll ich schaffen wo komme ich hier auf wo komme ich auf die autobahn okay okay ne ich fahr zurück weil da gab es glaube ich einen schnelleren weg nicht mehr mit dem sender hier läuft sowieso meistens das beste aber auch andere karre bohrung habe ich mir keine karre aus meinem ding entgeholt wie heißt das domizil hat 2000 meter und mehr oh gott ich kann will zwei wagen klar was wäre und hätte ich sind ja schon eine die karre die glaube ich mir so kommen wir nein nein so jetzt ist mein so jetzt kann ich gas geben nach nitro ist geiler ich hätte mir noch eine karre aus meinem ding nehmen sollen naja und jetzt hätten wir eigentlich wollte die eine karre noch komplett tun aber ich hatte kein geld dafür jetzt habe ich geld gut ich glaube mal die einzelnen karosserie teile unter sich teile sind für einige autos ein bisschen anders und da wie ich schon gern wissen jetzt bei den anderen autos aussehen wird so noch 600 meter knapp verfehlt ja und okay das wird zu früh ich dachte da rutscht so ein bisschen geradeaus aber die fahrphysik ist ja nicht realistisch sehen kann ich hier wie ein brett in die kurve mich mal so ein bisschen blöd gefahren wo habe ich eine predator aber zu näher ich nicht sonst würde ich da die gruppe platt machen vielleicht kann dort eine rakete auch regeln ich glaube ja nicht ne ich lass das mal lieber und es beginnt hat wie letztes mal aber die ganze von den offen verfolgt es hat waffen ich kann es bedienen wenn es auch noch kann ich immer bedienen moment so ein bisschen wieder aufnahmestart lex nicht bloß nicht gut nein aber da gegner hat er kein automatisch ziel ding war wohl vielleicht ich kann mich rein oder da automatisch gezielt hat naja keine schöne autos platt machen da müssen drei stopps einlegen shop der hat überlebt oder ich habe ich die schon davor selber knalle oder kommt da anderer sender automatisches ziel ding fehlt mir naja man kann ja schießen und dann noch ein bisschen steuern noch 30 autos da zähle ich jetzt mit so 12 ich weiß dass die zählen aber ich glaube ja nicht also immer noch bei zwei stück sich hinterm gebäude jetzt ist er weg es geht ab bei der ad selber explodiert so ist er da ja es ist klar ich fand ich glaube der helikopter hat dieses automatische ziel und dieses noch raketen lenken nicht vorhanden schade ach scheiße mich mitgezählt okay sagen wir sind bei vier fünf ganz schott an fünf okay sechs sieben okay da kommt er ja klar nix trifft oh nein neun glaube ich weiß ich nicht man muss zählen lernen muss zählen lernen das habe ich voll verlernt ich konnte es nicht mal aber ich glaube vor allem nächsten sind wir bei zehn okay zehn elf gut äh elf oder so ach man Gott bin ich ekelhaft egal 12 ich glaube ich habe bestimmt so drei mehr oder so aber naja darauf geschissen ich bin ja zu schlecht zu zählen ähm ich kann doch bis 13 nach wird schwer äh kommt der helikopter oder ne auto boah hab ich gut erwischt äh 13 14 und seine gruppe fisch wuchtel oder so aber ich glaube die ist weg war nicht kann ich überhaupt töten ja aber sowas ist nirgendwo einer unterwegs ok ich weiß ich soll die beschützen aber die hat noch genug hp deswegen denke ich mir einfach passt schon und ja äh ok das war 14 oder 15 ach Gott ich bin auch nur greißlich Hubschrauberangriff geschafft oh begleiter kinsie kingston ok merke nie wieder zählen das ist so viel ich gucke mal beim waffenlager ob die hat haben ich habe hier was ganz geil da ist vorhanden fängt schon mit der siegern dann zeig her ähm munition kaufen verbessern kann ich auch verbessern wenn ich hier aus holen baseball pflege aber nö nö wirklich bessere waffen upgrade noch ein paar andere ein dicker lauf krass die kostete 38 könnte ich machen könnte ich machen obwohl ich guck mal es immer so ist hüter schaden da kommen rocket launcher 28.000 hämmer krass äh ne ok ich lass es mal obwohl ihr könnt hier aber gucken schalldämpfer höhlen schaden und verringert den rückstoß und heiß war ich nichts kostet 19.000 groß brandgeschosse haben wir oder habe ich mich da verlesen ja geil brandgeschosse ok ich brauche ein bisschen geld und dann kann ich mir schön die waffen upgraden ja ich glaube es ist fühlt sich auch geiler meint obwohl die karriere ich nicht mal schauen nächster auftrag telefonfreak amok fort komm nochmal amok fort kann ich schaden nein komm 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 die polizei der familie der hat auch ein dachschaden ja ich bin dein voll hunk ja ich kann gar nicht vor und ich brauche ein auto eine karte dabei fahren nicht klauen kann meine karte so nein nein auch gott was am feld ok lief die mucke gerade eben ich suche mir immer so ein spiel immer so ein richtig geilen radiosender bis jetzt bin ich mir noch unschlüssig war auf jedem sender läuft man nicht mal irgendwas geiles ein nach der verraten aber was zum kaufen 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 im mobil obwohl ich ja kein geld aber ich habe geld an ich habe doch mehr geld bargeld abheben man hat man gut neun steigen nein nein so wie viel nach 500 meter polizei haben im platten eingeschossen die affen so hast du mir geile internetleitung stromleitung schon internetleitung wir haben ja gar nicht internetleitung nur stromleitung na polizei offen zu nerven fahrkunst so du schreckliche frau kommt nicht so ab da